Bei den 18. Olympischen Sommerspielen 1964 in Tokio fanden 36 Wettkämpfe in der Leichtathletik statt. Das Olympiastadion Tokio verfügte über acht Bahnen, daher konnten erstmals in allen Laufdisziplinen acht Teilnehmer am Entlauf teilnehmen. In den Wurfdisziplinen sowie im Weitsprung und im Dreisprung wurden hingegen nur jeweils sechs Sportler zu den letzten drei Versuchen zugelassen. Männer. Im zweiten Vorlauf verbesserte Heriot den Olympischen Rekord auf 8,33,0 MIN. Im dritten Vorlauf steigerte sich Alexey Jonas auf 8,31,8 MIN. Im Finale lief der Weltrekord La Rölens von vorn und verbesserte seinerseits noch einmal den Olympischen Rekord. Frauen. Die Weltrekordhalterin Ballas begann bei 1,65 Meter und sprang alle Höhen bis 1,90 Meter im ersten Versuch. Dann versuchte sie dreimal die Weltrekordhöhe von 1,92 Meter, scheiterte aber jeweils. Im fünften Versuch übertraf Mary Rand den von Schellkano waagehaltenen Weltrekord um 6 Zentimeter. In der Qualifikation warf Gord Scharko war den Speer auf 62,40 Meter und übertraf damit Ozzoliner Weltrekord um 1,02 Meter. Erstmals fand bei Olympischen Spielen der Mehrkampf für die Frauen statt. Die fünf ausgetragenen Disziplinen waren 80 Meter Hürdenlauf, Kugelstoßen, Hochsprung, Weitsprung und 200 Meter Lauf.